Ja, Leute, wir sind hier wieder mitten drin in BF4. Hier ist der Shanghai Tower. Und wir sind unbewaffnet, was mir überhaupt nicht gefällt. Die Lobby sieht sauber aus. Wir müssen VIPs retten. Und wir dürfen wieder mit dem Aufzug fahren, sehr gut. Das haben wir denn. Oh, geil. Waffen sammeln. Sämtliche Waffen, die du erhältst, werden in der Waffenkiste gelagert. Du kannst bei jeder Waffenkiste im Spiel auf all deine Waffen zugreifen. Sehr gut. Was ist das denn, Wasserpistolen? Bring uns zum Hotel. Finde ich nicht. Die VIPs sind ganz oben, genau wie die Aussichtssache. Das klingt auch cool. Die Aussichtsbar ist immer auf dem Dach. Du solltest echt ganz Frau haben. Ja, ich weiß. Das ist nur... What the fuck? Falsche Etage, what the fuck? Willst du mich verarschen? Falsche Etage, alter. Falsche Etage, alter. Am Arsch. Hier haben wir uns mal wieder eine gescheite Waffe. Los, los, los. Los. So da außen kann man auch lang gehen. Das hab ich nicht gewusst. Aua. Von wo denn? Von da oben. Ach so. Ja, lecker, alter. Jetzt aber. Weg mit dir. Auch weg mit dir. Weg mit dir. Mit dir auch. Oh, verdammt. Granate. Sehr gut. Zu weit geworfen. Lappen. Wieso treffe ich den nicht? Was ist das? Habt ihr das gesehen? So. Fuck, keine Muni mehr. Müssen wir uns jetzt echt mit der Pistel rumschlagen? Was ist das denn hier? Die Q-Bits. Oha, wie ist denn die drauf? Erstmal neue Muni holen. Hat er was genommen? Ich weiß es gerade nicht. Das ist unser Hacker-Schanze. Was können wir? Nur wild rumballern, oder wie? Scheiße. Das ist nicht gut. Er fliegt zum Dach. Achte auf die Fenster und mach dich bereit. Hast du Claymores dabei, Rack? Äh. 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 Ja, wir haben Claymores dabei. Sehr gut. Gut. Gut, das müsste reichen. Der ist down, okay. Oha, verdammt. Ich seh die überhaupt gar nicht. Sehr gut. Oha, die kommen hoch. Nicht so geil. Mit der Waffe schaut schon anders aus mit der Präzision, muss ich wirklich sagen. Oha. Ja, okay. Den Heli kann ich gar nicht damagen. Okay. Shanghai Bronze ist schon mal sehr gut. Wieder kommen immer mehr. Au. Fuck. Die Farmers haben wir hier. Wie schon gesagt, die Farmers. in der letzten Folge angekündigt. Was wir uns hier holen werden. So, weg mit dir. Und weg mit dir. Kills in Folge 50. Weg mit dir. Yeah, sehr nice. Was, du bist doch nicht fertig. Doch, bist du. Sehr gut. Oh, Kinder spielen. Hat ein bisschen lang gedauert, aber okay. Hm. Haben wir eigentlich einen Laserpointer drauf? Ja, geil. Aber das mag ich nicht so. Los, los. Hier ist unser 41. Stock. Alle bereit? Wir sind nah dran. Wow. Ach so, da. Ach so, da. Ihr seid spät dran. Kommt mal leichter als über die Straße. Rein hier. Komm schon weg. Hust der Wagen. Wie können ich auf die Straße? Überall ist das Militär. Oh, das ist ja großartig. Wer sind die VIPs? Sehr wichtige Leute. Eine wichtige Frau und ihr Mann. Wir holen sie an einem Stück raus. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich bin Hannah. Das ist mein Mann. Danke fürs Kommen. Entschuldigung, Sir. Verzeihung, man. Verstehen Sie mich? Geht es Ihnen gut? Können Sie gehen? Mein Mann ist verletzt. Er braucht Ruhe. Negativ. Keine Zeit zum Ausruhen. Ich habe Helis auf dem Dach gesehen. Wir müssen jetzt los. Dann gehen wir rauf. Was? Ob es mir geht, oder nicht? Ich fliege das Ding. Das ist der Plan. Oder hast du einen anderen Vorschlagsdaten? Ach, klauen wir jetzt Helis. Sind Sie fertig? Mein Mann muss versorgt werden. All diese Gewalt. Wo führt das hin, Sergeant? Das ist nicht, was ich... Danke fürs Kommen, Sergeant. Ich bin sehr dankbar für die Hilfe. Los geht's jetzt. Komm, komm. Los. 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 Los, 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 los. Dann los. Dann los. Dann los. Dann los. Erreiche das Dach. Okay. Das versuchen wir jetzt mal. Alles klar, wir gehen rauf. Ich balle jetzt schon mal alle weg. Einfach für die Punkte. Bisschen Punkte geil, versteht sich, ne? Aua. Scheiß Schrot, Alter. Wie ich die Schrotwaffen hasse in allen Shootern, die es gibt. Ich war voll drauf. Ich habe zwar gesprayt, aber ich hätte locker drei, vier, fünf Hits gelandet. Dann wäre er down gewesen, aber nein. Dann halt noch mal, ne? Weißt du, schön ist? Aua. Aua. So, okay. Ja, hier geht doch drauf, ey. Hier wieder der Schrotzspast. Sehr gut. Der Noob. Eule, hier explodiert gerade alles. Echt nicht feierlich. Nein. Wo sind denn hier Gegner? Da ist noch einer. Sehr gut. Dann ist hier noch einer. Nicht mehr. Ich bin beim Handy, kein Problem. Was bist du nur für ein Penner, Alter. Der alte Knacker geht mir jetzt schon auf die Eier. Wehe, der kann nicht fliegen, ey. Wehe, der kann nicht fliegen. Fuck. Ja, natürlich. Haut ohne uns ab. Fuckin' Penner, Alter. Super, keine Muni mehr. Auch hier. Ja, wer war vorhin eine Granate, du Spackgool, Alter. Oh, Alter. Sie sind jetzt ohne uns abgehauen. Nicht so geil. Wie ich einfach nicht treffe. Das ist echt Hammer. Feuer bestätigt. Das ist echt Hammer, dass ich überhaupt nicht treffe. In der Beta war es kein Problem. Da fand ich das Aim sogar noch besser als sonst wo. Aber. Ich hatte noch ein Prozent. Das kannst du mir nicht erzählen, du Hurensohn, Alter. Nein. Das gibt es doch nicht. Das Alter. Ich hatte noch ein Prozent. Was willst du von mir? Gut, wir ändern jetzt einfach mal das Visier, damit wir da einfach reinkommen. Und dann gab es ja auch die Sache. Ich war gerade im Battlelog vorhin geguckt. Vor der Aufnahme. Und wir müssen diese Dog-Tags finden, wo wir eben dieses Shakespeare-Dog-Tag gefunden haben. Aber ich weiß nicht, ob die ich jetzt alle finde. Und mit Komplettlösung oder so will ich es nicht. Wenn ich sie jetzt irgendwo ganz offensichtlich sehe, dann nehme ich sie mit. Aber ich suche jetzt nicht extra nach denen. Weil das dauert dann wahrscheinlich wieder zu lange. So. Genau. Und ja, wir werden dann mit dem Punkt die Waffen freischalten. Ach stimmt, wir können jetzt mal die Farmers ausprobieren. Ähm. Vollautomatisch, okay. Nee, dann nehmen wir wieder... Nehmen wir mal jetzt ein Präzisionsgewehr, die SVD. Ja, auf die Range könnte es eigentlich klappen. Ja, okay, oder auch nicht. Ey, wie ich voll daneben ziehe, ey. Das ist echt hässlich. Das ist echt übel. Okay, nochmal ein Waffenwechsel. Wo ist der da? Hä, wo ist denn der? Hä? Jetzt ist er weg. Das war's. Davor wechseln wir uns aber erstmal unsere Waffe. In, äh... Die QB jetzt wieder. QBZ. Und wir laufen wieder zurück. Gut. Aufzug rufen. Und ab geht's. Runter. Was aber dieses Mal passiert, wenn wir den Fahrstuhl aufmachen, sehen wir in der nächsten Folge. Leckt mich am Arsch. Und damit, bis morgen. Ciao. Ja. Riab. Dann.